Mit einem Charity-Livestream riefen die Malteser, mit dabei auch die Malteser Neckaralp, dazu auf, für die Betroffenen der Flutkatastrophe zu spenden. Unter dem Hashtag Proud2Help wurde die Aktion am Montag auf diversen Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram gestreamt. Unterstützt wurden die Malteser dabei auch von einigen Social-Media-Stars. Präsentiert wurde das dreistündige Programm von Künstlerin Melissa Lee sowie Moderator und Filmkritiker Dominic Porschen, deren Freunde ebenfalls schwer von der Flut getroffen wurden. Wer noch spenden möchte, kann das online unter www.malteser.de machen. Auf der rtf1-Homepage finden sie außerdem noch weitere Spendenkonten für die Flutopfer.